Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Dieses Mal haben wir wieder in Heidenheim gedreht für eine neue Folge unserer Game of Thrones Fanfilm-Serie. Und den Link habe ich euch in die Beschreibung getan oder ihr könnt hier oben auf die Infocard klicken. Hat wieder mega viel Spaß gemacht. Ich will das Intro diesmal kurz halten. Viel Spaß mit den Bildern. Jetzt geht es weiter zu unserer ersten Location und da werden wir das Set noch letztendlich vorbereiten, und das Licht einstellen. Dann kommen die Schauspieler und dann geht es los. Du sagst eher so, nur wieder die Fili werden verkaufen. Ja, was sagst du? Hör auf mit dem ganzen Reden. Das ist echt, oder? Trotz Tag, jetzt haben wir die Fili gebrochen. Ich warte auf. Ich warte auf. Ja, kommt bei Race Mode. Mach das normal, mach das normal, ab da wo das Schwerbeck zieht, oder? Ja. Ja, setz einfach mit dem Schlag für den Stern ein und dann geht's auf. Also wir machen das gleiche Wasser. Wir machen den Schlag. Genau. Und du hast den Abstand. Ja. Das bringt dir einfach den Keller. Ja, ja. 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 VORSICHT. Ne, fast. Nicht klarkennen. Aber jetzt gehts nicht mehr, er hat irgendwie einen Wackelkontakt bekommen. Das war aufgeregt. Schade, dass wir ein bisschen arbeiten. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.